Jetzt ist der Kiblios-Machterlein. Jetzt geht's los. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Nr. 1 hat die Aufgaben zu identifizieren und Nr. 2 die Sicherungsaufgaben. Und wir sehen jetzt bereits, der erste Herkunft erlängt sich, der Herkules. Und jetzt kommt es gerade auf das Geschick des Piloten an. Also der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Herkules und Herkunft ist doch ein exorbitant. Und jetzt muss er zum richtigen Moment die Geschwindigkeit reduzieren und das kann er drauf sein. Und einerseits hat die Luftbremse, man sieht es am Horizont, der hat sich jetzt gerade ausgefahren und ein anderer Geschwindigkeitsüberschuss kann doch mit etwaigem Hochsehen noch abgebaut werden. Aber er wird jetzt optimal erwischt und der Nr. 2 kann das auch schon in Sicherungspositionen. Und genau in dieser Phase jetzt, wo wir sie jetzt sehen, übernimmt das jetzt die Nr. 1 das Kommando und nimmt Zeichen auf oder Funkverbindung mit dem...